In diesem Video geht es um den Anschluss der Montana Soundeinheit an Apple TV, Playstation und andere HDMI-Produkte. Wir haben unser TV-Gerät über HDMI angeschlossen. Wir benutzen das Output an der Montana Soundeinheit. Nun möchten wir das Input HDMI 1, 2 oder 3 an der Soundeinheit benutzen? Wir verwenden eine Apple TV-Box. Hier ist das HDMI-Kabel. Zuerst das Kabel mit der HDMI-Buchse an der Apple TV-Box verbinden und dann an einer beliebigen Buchse, beispielsweise HDMI 2, der Soundeinheit anschließen. Wir haben nun unsere Apple TV-Box über HDMI mit der Montana MSU Soundeinheit und die Soundeinheit mit dem Fernseher auch über HDMI verbunden. Wir demonstrieren nun, wie man eine Playstation 4 mit CEC-Technologie anschließt. Was heißen will, dass wenn Sie die Playstation 4 einschalten, schaltet diese die Montana MSU-Einheit und diese wiederum das TV-Gerät ein. Wir benutzen eine Playstation 4. Wir möchten sie jetzt mit der Soundeinheit verbinden, die über HDMI mit unserem TV-Gerät verbunden ist. Nun ist die Playstation 4 über HDMI mit unserer Soundeinheit verbunden und es kann losgehen. Das TV-Gerät ist mit unserer Montana MSU Soundeinheit verbunden. Wir verwenden dabei die CEC- und ARC-Technologie. Wir möchten jetzt eine Playstation einrichten. Weder die Playstation noch die Soundeinheit oder das TV-Gerät sind standardmäßig eingerichtet. Wir haben sie über den HDMI-Ausgang der Playstation und den HDMI-Eingang der Soundeinheit verbunden. Wählen Sie Settings, Einstellungen an der Fernbedienung. In Settings wählen Sie anschließend System Setup. Danach wählen Sie Aktivieren, Enable. Wie man sieht, ist er nicht aktiviert. Wir müssen also erst unseren HDMI-Device-Link aktivieren, sonst findet keine Datenübertragung statt. Das war's schon. Zurück, zurück. Hier können wir ausschalten. Und hier auch. Und wir können unseren Fernseher ausschalten. Wenn Sie die Playstation 4 einschalten, den Ton durch die Soundeinheit abspielen, die Bilder auf dem TV-Bildschirm sehen und den Ton in den Lautsprechern hören möchten, einfach Ihre Playstation einschalten. Nachdem ich ON gedrückt habe, dauert es nur ein kleines Weilchen. Dank der intelligenten Verbindung startet die Playstation 4 die Soundeinheit und die Soundeinheit schaltet das TV-Gerät ein. Unsere Playstation 4 ist nun einsatzbereit.